in diesem video stelle ich euch das ultralight mk5 vor das mk5 ist die fünfte generation des moto ultralight das ist das weltweit meist verkaufte audio interface von moto und das gibt es jetzt in der fünften generation und es heißt zwar ultralight aber das einzige was light ist an diesem gerät ist wirklich die kompakte größe und das leichtgewicht ansonsten ist es wirklich eher ein schwergewicht weil wir haben hier ein interface mit sage und schreibe 40 audiokanälen insgesamt und wir haben eine fantastische audio qualität sind ganz ganz neue iss sabre digital audio converter eingebaut mit einem unfassbar guten sound und was gibt es noch neues es gibt ein neues uled display ein hochauflösendes display in dem man sämtliche pegel in dem interface sehen kann dann gibt es auch ja haptisch was neues also die knöpfe sind neu geworden und die taster sind neu geworden auch die ganze bauform hat sich ein bisschen verändert es ist immer noch neuneinhalb zoll aber es ist halt anders gebaut und es ist wirklich sehr massiv und sehr robust ist es ein solides metallgehäuse ist für die bühne natürlich genauso gut geeignet wie für studio und es gibt eine neue steuerungs und mixing software namens q mix 5 die stelle ich euch gleich vor zuerst schauen uns mal das gerät an wie es von vorne und von hinten aussieht wir haben auf der rechten seite wie gesagt das große uled display wirklich sehr sehr hochauflösend damit kann ich alle signale mikrofone line signale main signale line out und status anzeigen wie zum beispiel sample rate usw hervorragend ablesen dann die neuen regler für die beiden mikrofoneingänge diese mikrofoneingänge sind natürlich kombi eingänge das heißt ich kann hier entweder mit dem mikrofon reingehen oder ich kann mit einem line signal reingehen oder auch mit einer gitarre oder mit einem e-bass direkt kann ich das ganze hier anschließen dann kann ich für jeden eingang natürlichen pet schalter aktivieren das heißt minus 20 db wenn ich das brauche und ich kann die phantomspeisung individuell aktivieren und deaktivieren hier habe ich noch einen anschluss für den kopfhörer den ich auch hier natürlich regeln kann und interessant ist dass der kopfhörer tatsächlich auch ein ess sabre chip hat also wirklich ganz ganz groß hoher lösung so ich drehe das gerät mal um und zeige euch mal die anschlüsse auf der rückseite und da fangen wir mal links an hier vorne wird das externe netzgerät angeschlossen und rechts daneben sehen wir gleich schon die erste ja den ersten unterschied zur mk3 und mk4 generation hier gibt es nämlich jetzt einen usb c anschluss das heißt ich kann das mk5 direkt an einem pc an einem macintosh rechner oder auch über ein adapter kabel an einem ios gerät betreiben und natürlich ist es natürlich auch abwärts kompatibel zu usb 3 und usb 2 dann haben wir hier oben midi ein und ausgang ihr könnt ihr eure midi geräte anschließen dann haben wir zwei ports adat optical jeweils acht kanäle dann haben wir spdiv zwei digital kanäle rein und raus per chinch ja und dann jede menge symmetrische klingenanschlüsse einmal haben wir hier main out hier könnt ihr zum beispiel eure lautsprecher hauptlautsprecher anschließen und dann haben wir noch wie ihr seht weitere ausgänge bis zu zehn ausgänge haben wir hier und ihr könnt zum beispiel ein komplettes surround set hier an betreiben dann haben wir line eingänge vorhin hat mir gesehen wir haben zwei kombi buchsen und hier haben wir noch mal sechs line eingänge wo ihr keyboards synthesizer drum computer und so weiter anschließen könnt alles in allen 40 kanäle sowie werden es diese 40 kanäle gesteuert wie werden sie gemixt das zeige ich euch jetzt hier anhand der q mix 5 konsole ja und die q mix 5 konsole könnt ihr benutzen auf dem pc auf mac auf dem ios gerät um euer ultra light mk5 komplett zu steuern hier seht ihr zum beispiel mal den home button den home tab und hier oben seht ihr das gerät was angeschlossen ist und hier schon mal einstellung für die beiden mikrofon eingänge für main und für volume und ihr könnt ja schon mal ganz leicht und ganz schnell ein input monitoring generieren und einfach die kanäle die ihr haben möchtet auf den kopfhörer oder auf dem main outs hier dazu schalten dann gibt es hier noch das device tab da könnt ihr sample rate die clock source anstellen loop back source das heißt welcher ausgang wieder zur dhw zurückgeschickt wird zum beispiel wenn ihr streaming macht zoom anwendung und so weiter und so fort und dann gehen wir mal in die input sektion hier seht ihr sämtliche eingänge könnt ihr die phantomspeisung zuschalten patch schalter aktivieren phasenumkehr und ihr seht auch hier diesen benannt bei mir weil das ultra light mk5 hat mittlerweile eine richtig große stellung in meinem kleinen home studio hier weil hier habe ich alles angeschlossen was ich brauche und habe die kanäle entsprechend benannt was da dran hängt dann gibt es die output sektion ihr könnt ihr sämtliche ausgänge im pegel einstellen was hier oben ist auch cool main volume group ihr könnt ja zum beispiel ein komplettes surround setup 5.1 system auf einen einzigen regler legen und könnt ihr dann hier steuern oder auch direkt am gerät und dann gibt es ganz viele mix busse und zwar 1 2 3 4 5 6 seht ihr auch die sind alle farbig codiert und unten gibt es noch einmal einen reverb und ihr könnt ja zum beispiel für jeden einzelnen mix einen einzelnen ja eine eigene mischung generieren zum beispiel das ist hier die dpa mix dann haben wir einen kopfhörer und dann können wir für die musiker zum beispiel verschiedene mixe auch anlegen hier zu den phones zum beispiel seht ihr mein mikrofon und hier oben haben wir natürlich auch eine effekt sektion also einmal haben wir hier einen parametrischen equalizer den ich hier einstellen kann vier band equalizer und hier drunter haben wir noch eine dynamics sektion ich kann gate aktivieren und ich kann kompressor aktivieren das gilt für alle eingänge und bei den ausgängen habe ich jeweils auch noch mal ein drei band equalizer also ich habe zwei equalizer für die input und für die output ja das ist ziemlich cool und am ende haben wir noch hier noch eine reverb den könnt ihr hier dazu schalten und könnt ihr reverb anstellen je nachdem wie ihr den haben möchtet also ihr könnt wirklich euer system komplett konfigurieren mit dieser ganz neu designten qmix 5 konsole ja eine völlig neue konsole best of both worlds kann man sagen das beste aus der qmix fx konsole und das beste aus dem motto avb interfaces haben wir jetzt in die qmix 5 konsole reingebaut großartig macht total viel spaß das gerät damit zu betreiben und wie gesagt es klingt einfach fantastisch das neue ultralight mk5